Bist du auch schon mal ordentlich übers Ohr gehauen worden oder es hat zumindest jemand versucht, hilf mir, andere Vorfällen wie deinem zu warnen und zu schützen und schick mir deine Geschichte. Ich mache ein feines Video daraus, halte es aber natürlich absolut anonym. Erzähl mir in einer E-Mail an genugbetrug.yahoo.com was passiert ist und wenn du Bilder, Mails, Papiere, Videos oder was auch immer dazu hängst, dann schicke ich dir das Video vor Veröffentlichung zu und du gibst es frei oder auch nicht. Was immer du schickst, kannst du natürlich vorher neutralisieren. Ich habe keinerlei Interesse an irgendwelchen persönlichen Daten und Informationen. Es gibt schon genug Betrug auf dieser Welt, gemeinsam können wir etwas dagegen unternehmen. Egal ob es eine Callcenter-Geschichte ist, du im Urlaub abgezogen wurdest, vielleicht beim Autokauf oder mit einem vermeintlichen Gewinnspiel, es gibt viele Varianten von Betrug und ich will und werde alle aufzeigen. Also schreib mir und wir besprechen alles. Bis dahin wünsche ich viel Spaß mit meinen Videos.